Was heißt das auf Deutsch? Superhits und ihre Texte. Übersetzt von Warren Green. It's the Englishman. Diese Woche Talking Heads and Burning Down the House. Heißt übersetzt Brenne das Haus nieder. Pass auf! Du könntest bekommen, was du willst. Coole Babys, seltsam, aber kein Fremder. Ich weiß, ein gewöhnlicher Typ. Brenne das Haus nieder. Also nicht, dass ihr jetzt denkt, es würde irgendwelche Häuser angezündet. Nein, Burning Down the House ist ein Schlachtruf, der bei Konzerten oder in Clubs gerufen wird. Und dann flippt das Publikum aus. Warum auch immer. Halt dich fest, warte, bis die Party vorbei ist. Halt dich fest, wir sind drin, weil das Wetter draußen echt grauenhaft ist. Es gibt, es muss eine Möglichkeit geben. Brenne das Haus nieder. Worum es hier genau geht, kann ich nicht wirklich sagen. Hauptsache gute Laune. Alles nass. Hey, du könntest eine Regenjacke brauchen. Umbruch. Träume gehen am helligen Tag spazieren. 365 Grad. Brenne das Haus nieder. Was heißt das auf Deutsch? Jede Zeit anhören. Das geht auf radiosaw.de oder in der SAW-App für euer Smartphone. Was heißt das auf Deutsch? Superhits und ihre Texte. Übersetzt von Warren Green. Nur hier auf Radio SAW. Superhits fürs SAW-Land. Untertitelung des ZDF, 2020